Was ist eigentlich Konformitätsbewertung? Eine gute und berechtigte Frage. Lassen Sie uns den Brief kurz aufteilen in einerseits Konformität und andererseits Bewertung. Konformität bedeutet mit anderen Worten Übereinstimmung. Ich möchte also wissen, ob zum Beispiel ein Smartphone hinsichtlich emittierter Strahlung, Materialverträglichkeit, Brandgefahr, elektrischem Schlag sicher verwendbar ist und allgemein gesprochen mit Anforderungen übereinstimmt. Die Anforderungen kommen konkret von Gesetzen, sprich was muss man einhalten und in der technischen Umsetzung von Normen, sprich wie setzt man das Gesetz um. Konformität kann also gesetzlich vorgeschrieben, freiwillig oder vertraglicher Gegenstand sein. Bewertung wiederum bedeutet, dass man messbar erfassen, also prüfen muss, ob die Eigenschaften des Smartphones mit den dafür relevanten Anforderungen übereinstimmen. Daraus leitet sich ab, dass beispielsweise ein sicherheitstechnischer Planungs- und Prüfprozess parallel zur Produktentwicklung erforderlich ist. Produkte und Dienstleistungen sind wie ein Versprechen in Bezug auf Eigenschaften wie Qualität, Ökologie, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Kompatibilität, Interoperabilität, Effizienz und Effektivität. Umso wichtiger ist es, die Versprechen für alle beteiligten Personen einzulösen, vom Geschäftskunden über rechtliche Instanzen bis hin zu Verbraucherinnen und Verbrauchern.